Und wir gehen gleich rein mit aktuellen Bildern, denn heute wurde der Große, war die gesamte Familie entgegen der Schlagzeilen der vergangenen Tage anwesend. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen Bilder gewesen sind, das konnte ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber auf jeden Fall gab es heute diese öffentliche, diese private Gedenkfeier, eine öffentliche soll folgen für Rudi Assauer, die ist dann geplant am Freitag und wahrscheinlich wird ihm das sehr gefallen, da soll es nämlich Bier und Bratwurst geben und alles in der Schalke Arena. Die Bilder haben wir dann auch richtig da, das also zum Ende der Woche. Willkommen jetzt erst einmal zur Brisanzendung heute. Gehen wir rein ins erste Thema. Laufen, ein Mädchen in einem Kletterpark bei eben genau so einem Sprung, das ist das Mädchen. Nun fragt ein Prozess, ob damals womöglich Fehler gemacht wurden. Auch die Eltern des Mädchens begleiten diesen Prozess in der Hoffnung, dort endlich Antworten zu bekommen. Jetzt haben wir hier einen harten Typen, aber die Waffe in seiner Hand, die ist falsch, sieht aber verdammt echt aus. Und diese Täuschung und ein geplanter Videodreh, die haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst und ziemlich viel Ärger. Möglicherweise kommt da auch noch eine saftige Rechnung obendrauf. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder große Schlagzeilen, da stand Koks im Supermarkt oder Koks in Bananenkisten gefunden. Die Polizei hat die Spur der Drogen dann verfolgt und inzwischen einen ganzen Schmuggler-Ring hochgehen lassen. Und gegen einige aus der Bande wird jetzt Anklage erhoben. Laut Recherchen von NDR, BR und auch Süddeutscher Zeitung liefen die Geschäfte zum Teil auch über Hamburg. Spannend wird die Frage sein, wer da möglicherweise geholfen hat, dass all das möglich war. Über unsere nächsten Geschichte könnte stehen, zu kurz ist selten gut. Das gilt für Hosenbeine, es gilt für Stuhlbeine und manchmal gilt es eben tatsächlich auch für Bahnschranken. Wenn die zu kurz sind, dann kann es enden, wie bei Giffen. Da ist die Schranke mittlerweile, man könnte sagen, eine kleine Berühmtheit und macht jeden Tag eine Menge Autofahrer ganz schön wahnsinnig. Bis dahin brauchen viele Menschen viel Geduld. Was ist noch passiert heute? Wir haben noch eine ungewöhnliche Rettungsaktion und da waren sehr viele helfende Hände vonnöten und tatsächlich auch eine große Portion Glück, damit die Sache dann noch gut ausgehen konnte. Genießt die Freiheit. Auch das ist eine Seite des Winters, über die wir jetzt reden wollen. Selbst wenn es jetzt schon ein paar Grad wärmer ist, trotzdem frieren die, die eben keine Heizung zu Hause mal eben hochdrehen können. Es sind die, die draußen schlafen müssen und das tun sie bei jedem Wetter und um die machen sich viele Städte wie zum Beispiel Hamburg in diesen Wochen große Sorgen. Doch es gibt die Möglichkeit, etwas zu tun für diese Menschen. Und der Hamburger Kältebus, das ist eine ganz tolle Idee und den haben wir begleitet. Also ein wirklich tolles Projekt aus Hamburg, der Kältebus, ganz wichtig jetzt im Winter. Wir gucken auf die Prominenz jetzt bei uns in der Sendung und da geht es natürlich heute um Heidi Klum. Ist sie nun schwanger oder nicht? Die Gerüchte gibt es ja nun schon länger und Wolfgang Jupp hat die Bombe jetzt angeblich platzen lassen, wollen wir natürlich drüber reden. Und dann Matthias Schweighöfer, der nun endlich offen zu gibt. Ja, ich bin total verknallt und sie ist der Schatz. Mehr jetzt bei uns. Die Rolle Christian Bale. Danke. Box-Weltmeisterin, die spricht heute bei uns in der Sendung. Und da geht es unter anderem um ein Kapitel in ihrem Leben, über das sie erst heute so richtig locker reden kann. Auch sie hatte Stalker, also Männer, die ihr das Leben ganz schön schwer gemacht haben, ihr zugesetzt haben. Heute erzählt sie ganz offen darüber und auch über neue Pläne und warum es ihr gerade wie schön so richtig gut geht. So fit wie die ist, machen wir uns da keine Sorgen. Aber wo das Thema Stalking angesprochen wurde, wenn Liebe zum Wahn wird, sowas gibt es ja tatsächlich. Und wie kann man sich da schützen? Was kann man als Betroffener tun? Welche Rechte hat man? Wir haben da einiges für Sie zusammengestellt auf brisant.de. Gerne einfach mal reinschauen. Wir machen weiter mit den Promis. George Clooney heute, der macht sich stark für eine Frau und diesmal ist es nicht die eigene. Also da ist modisch viel drin. Wie geht es eigentlich Samuel Koch, haben wir uns gefragt. Vor mehr als acht Jahren war das mit diesem schweren Unfall damals bei Wetten, dass bis heute sagt ja Thomas Gottschalk, das war auch für ihn so eine Zäsur in seinem Leben, dieser Unfall in einer Live-Fernsehsendung. Und danach hat ja ganz Deutschland das Schicksal von Samuel Koch begleitet. Aber seitdem ist ganz, ganz viel passiert. Eine Schauspielkarriere hat er gemacht. Dann die tolle Hochzeit. Wieder ein Buch geschrieben. Und nach wie vor hat er diesen ansteckenden Willen. Es ist immer für alles irgendwie gut. Und das ist großartig an ihm. Mutmacher, das ist ein schönes Signal zum Ende der Sendung. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Jetzt freuen uns auf morgen 17.15 Uhr. Tschüss.